So, es geht mal wieder weiter mit War Thunder und ja, ich fliege jetzt mit meinen neuen Flugzeugen, die ich habe nach dem Patch 139, wurden gleich mal einige freigeschalten, die noch in der Forschung waren, ein Bomber und noch ein erweiterter, hier sieht man es, mittelschwerer Bomber und der hier auch noch, schwerer Jäger. Also, ich bin mal gespannt, ich fliege jetzt glaube ich auch schon Level 2. So, jetzt habe ich ja einen Bomber, jetzt fliege ich hier ja mit der Ansicht und versuche die Dinger. Ah, ich muss nicht die richtige Ansicht wiederfinden. Gucken wir mal, ob man hier unten was abwerfen kann. Ich muss erst mal die Tasten alle finden. Und wenn Wolken sind, das ist nochmal bescheidener, ehrlich gesagt. Okay, gut. Okay, dann sind wir mal gespannt. Tja, hab ich da was drauf. Der Feind hat die Initiative. Der Feind hat die Initiative. Hab ich überhaupt was getroffen mit meinem Bomber? Die Pumpe schädigt, das ist schon mal super. Der Feind hat die Initiative. Der Feind hat die Initiative. Ach, das ist mal drüben. Alter, wie sieht denn mein Ding aus, ey? Okay, das war's, klar. Das war's gleich. Das war's nicht. Na, dann kann man gleich nochmal anders. Alter, wie sie auf mich ballern. Jetzt war's das. Ach, naja. Jetzt übern wir mit dem Schweren. Auch ein neues. Ah, das einzigste Level 2, was ich hab. Deswegen flieg ich kein Level 2. Boah, das sieht ja krass aus, das Teil. Naja. Naja. Also, meine Bombenabwürfe haben irgendwie nix gebracht. Wenn wir mal hier ein paar Gegner finden und abschießen. Was hat man denn noch gar keine Bomben drin, sichtbar? Das ist doch ziemlich zäh. Wie krieg ich den denn? Was? Fuuuuuck. Toll, alter Scheiße, ey. Toll, toll, toll. Ahh, das gefällt mir, wir haben eh klar verloren. ich noch mal den hier mit dem jäger fliegen schafft das noch da war sehr ganz kurze runde zu ende nicht doch nicht komm 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 ach fuck ey scheiße ich muss mich erst mal dran gewöhnen dass wir das erste mal mit dem richtigen bomber geflogen und er sieht man gleich keine abschüsse nix eigner platz im team platz elf ja das müssen wir das nächste mal anschauen das nächste mal das war die erste mission und jetzt hat man battle ratings average battle rating 2,3 ach nee das ist durchschnitts älter da bin ich ja richtig schlecht 3,0 und die anderen 2,0 2,0 scheiße scheiße bin ich schlecht ja gut das war diese runde bleiben wir mal ganz relaxed es kann doch nicht sein dass ich so schlecht war ey fuck egal ok drücken und wo sehe ich jetzt meine einstufung du musst ja irgendwo hier seeeeen dddddd wer pass es ist ja das neue dass es jetzt ein letter gibt aber irgendwie weiß ich jetzt nicht wo dann mit der 2, und bla 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 wo das steht habe ich noch nicht gefunden aber egal jetzt ja das war es mal das erste mal fliegen in der nächsten folge hoffentlich besser ich muss erst mal in die neuen flieger gewöhnen die ich mit den deutschen jetzt habt durch das update dass die jetzt alle mit einmal fertig waren die beiden nächstes mal läuft es dann hoffentlich wieder besser also bis dahin tschüss das ist ja 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 das ist Untertitelung des ZDF, 2020